da da ist das ding der schaum smart tv 4s endlich jetzt angekommen falls ich das intro was ich gerade aufgenommen habe nicht mehr nehme eine kurze story dazu ihr habt jetzt mich lange nicht mehr gesehen ich habe zwei wochen quasi ein bisschen pause gemacht und wollte das auch noch ein wenig länger durchziehen aber auf mydeals bin ich dann schwach geworden schau mir hat quasi den tv im deutschland start gebracht und ja ich wollte einer der ersten sein der das ganze hier auch auspacken kann und testen kann und habe dann einfach mal zugeschlagen und mir hier den schaum tv gegönnt und ja was steht hier drauf 4k hdr monitor monitor steht da gar nicht motion motion smooth ja auf jeden fall 4k uhd tv und es wurde auch langsam mal zeit dass ich den toshiba in rente schicke der ist nur noch full hd hat mir lange zeit quasi gute dienste geleistet und ich hatte auch null probleme da jetzt weiter darauf zu gucken aber ihr kennt mich ja ich bin ja ein kleiner shell schaumi fanboy und ja da gucken wir uns das einfach mal an und gucken was drin ist und ich bin richtig happy das ganze hier einmal aufzumachen ich gucke mir mal an nicht drauf treten das sollte auch die richtige seite sein 55 zoll hat das ganze also auch ein gutes stück größer als der 49 zoll toshiba den ich hier habe hier haben wir dann einmal die füße aus aluminium fühlt sich schön kalt an machen wertigen eindruck aber ich habe ja unten auch gummierte füße das ist super weil sonst hätte ich gedacht zerkratze ich mir hier das schöne sideboard aber keine sorge das ding ist gummiert und was haben wir hier noch bedienungsanleitung und fernbedienung so die schrauben für die füße das kabel für den strom batterien für die fernbedienung und die fernbedienung selbst auch mit tasten also für all diejenigen die da auch wirklich fernsehen gucken möchten ich gucke kein reguläres fernsehen deswegen wer mir die fernbedienung die es zum beispiel bei dem schaumi gerät gibt fernbedienung habe ich gerade verlegt wirkt sehr cool also von der haptik sehr hochwertig wir haben hier auch eine google assist taste mit dabei man könnte das ganze hier auch mit google ist nutzen und dann sein smartphone steuern netflix und prime taste extra und ja ich bin mal gespannt wie sie sich schlägt ich packe direkt einmal die batterie hier rein und so machen wir uns weiter auf so ein fernsehen sollte man zu zweit auspacken im idealfall der erste show mit tv den es hier in deutschland zu erwerben gibt und macht einen ganz guten eindruck die ränder super schmal viel schmaler als bei mein toshiba hier hat so ein aluminium rahmen und ist so leicht gräulich grau metallik ich bin ja eigentlich ein fan von schwarzen tvs aber das fällt jetzt nicht so krass auf unten ein mi brand logo und ja ich mache mal die füße dran baue meinen alten tv ab und macht vielleicht sogar gleich ein paar b roll aufnahmen aber wir installieren das alles und das mache ich vielleicht sogar in zeitraffer also viel spaß ab und Da ist das Ding. Schon ein Uschi. Auf jeden Fall ordentlich größer als mein 49 Zoller. Die Pflanze, habt ihr gesehen, die musste ich jetzt ein bisschen wegpacken. Die passt nicht da drauf. Ich packe hier mal die Tapes ab und hoffe, dass sie ohne Spuren abgehen. Auf dem Aluminiumrahmen ist wohl auch eine Folie drauf. Ich hoffe, dass ich hier das Display nicht beschädige, um in meiner Euphorie das hier abzuziehen. Bevor ich hier überhaupt meine Apple TV und meine Mi Box anschalte, werde ich gleich einmal das ganze Gerät so einrichten, weil auf dem Mi TV ist auch Android TV installiert. Also bräuchte man technisch eigentlich gar nicht die Mi Box. Und dann werde ich nun mein Apple TV damit nutzen. Das ist noch das Apple TV ohne 4K. Da muss ich mir jetzt ein 4K-fähiges Apple TV holen. Aber das ist ja auch kein Akt. Hier unten ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen Folie drauf. Und platziere die Kamera mal ein bisschen anders. Die zwei Tasten. Jetzt piept es und wurde verbunden. Jetzt habe ich die Möglichkeit, die Sprache auszuwählen. Dann suchen wir hier mal Deutschland raus. Deutsch. Fernseher über ein Android Smartphone verbinden. Das hatte ich ja auch schon mit der Mi Box 4K. Das hat nicht so ganz reibungslos funktioniert. Aber ich versuche es jetzt noch einmal. Ich hole mir einmal auch von Xiaomi das Mi Pad 4. Und werde das Ganze hier einmal verbinden. Einmal öffnen. Und die Google App einmal öffnen. Gerät einrichten. Mit dem Sprachassistenten muss man ja auch die richtige Phrase benutzen. Sonst verstehen sie einen gar nicht. Und richte mein Gerät ein. Hatte nicht verstanden. Gerät einrichten. Das ging dann. Und ja, ich finde es schon ziemlich cool. 55 Zoll. Jetzt sucht ihr dann nach dem Gerät. Kein Gerät gefunden. Nochmal versuchen. Jetzt wird die Verbindung hergestellt. Genau, diesen Code sehe ich. Und jetzt wurde es verbunden. Jetzt fragt ihr mich nach welchem Wi-Fi ich mich verbinden will. Ich überspringe jetzt mal diese ganze Einrichtung. Ihr kennt das Spielchen. Ihr folgt einfach der Einweisung auf dem Gerät. Und könnt dann das Ganze einrichten. Euer TV wird dann quasi über Google eingerichtet. Ihr müsst dann gar keine Wi-Fi-Codes mehr eingeben. Und eure Android-TV wird dann so ähnlich aufgebaut sein, wie die Android-TV, die ihr eventuell schon habt. Oder ihr könnt dann komplett neu anfangen. Und ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Zu dem Look. Ich finde, dieses leicht silberne ist noch gerade so okay. Aber schwarz wäre mir lieber. Ich weiß gar nicht, ob es das Gerät auch in schwarz gibt. Aber ja, wir gucken mal. Hier muss ich einmal mein Passwort eingeben. Aber wir vertrauen dem Ganzen mal. Und da ist das Ganze auch schon so quasi vorinstalliert. Patchwall hier, Netflix, Prime Video. Also für all diejenigen, die sich fragen, bei manchen Xiaomi-Geräten hat man ja da Probleme, das hier alles vorinstalliert. Das handelt sich echt um eine deutsche Version, besser gesagt europäische Version des TVs. Und man kann das Ganze hier in Deutschland super nutzen. Ja, das ist jetzt hier einmal der TV. Echt viel zu gucken. Also sehr großes Bild. So, und ich suche hier einfach mal nach. Upsala, jetzt bin ich rausgegangen. YouTube. Nein, ich bin nicht nur rausgegangen. YouTube ist gecrasht. Schade. Das ist ja kein guter Start hier. Aber wir gucken mal. Jetzt zum zweiten Mal. Jetzt suche ich mal was 4K-mäßiges. 4K-Video. Und dieses Video, das kennt doch jeder. Das versuche ich jetzt mal zu starten. Und gehe auch direkt mal in den Einstellungen. Wenn es hier geht. Und werde hier mal 4K-Qualität. Ist auf 4K-60fps. Dann muss das gerade ein bisschen laden. Ja, das Bild ist schon knackig scharf jetzt. Streamt auch ohne Probleme. Und kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich laufe mal hier so ein bisschen links und rechts. Und gucke die Blickwinkelstabilität. Die ist schon ordentlich. Würde ich jetzt so als Laie einfach mal so behaupten. Ich nehme die Kamera mal so mit. Versuche euch das so ein bisschen zu zeigen. Ja. Das kann man schon machen, ne? Und zur Qualität. Da kann man echt nicht meckern. Das ist knackig scharf. Und der Sound hört sich auch ziemlich gut an. Der Sound, da werben die auch mit. Dolby irgendwas. Und ich mache hier mal leiser. Das gefällt mir jetzt hier nicht. Dass das lauter, leiser hier so zentral in der Mitte ist. Das hätte man ein bisschen unauffälliger gestalten können. Dass es hier links oder rechts unten in der Ecke wäre. Aber das Bild, das ist echt, das ist krass. 4K ist schon ein Unterschied. Kann man machen. Also ich bin ja vom Full HD. Kennen so hochauflösende Sachen nur vom iMac drüben. Also ich habe ja so ein 5K iMac. Aber im Safari sieht man meistens auch nur 1080p. Also daher ist es schon ein Blickfang für mich jetzt hier, das Ganze zu sehen. Und ja, wir gucken mal, ob wir hier was anderes anmachen können. Aquaman Trailer in 4K. Warum nicht, ne? Gib ihn. Und ja, ich mache hier mal so ein bisschen lauter. Und wir gucken uns mal im Hinblick auf die Zeit, wie lange ich hier ein bisschen nur durchlabere, die Einstellungen an. Hier in den Einstellungen müsste man dann auch im besten Fall auch die Geräteeinstellungen finden. Da, Geräteeinstellungen. Und vielleicht habe ich hier in den Bildeinstellungen, jetzt ist es ein bisschen weit, Bildeinstellungen, die Option, hier unterschiedliche Modi oder Benutzer definiert. Das ist jetzt auf Standard, Lebendig, Sport und Film. Film, naja, so wirklich, ähm, einen Unterschied sehe ich jetzt hier nicht. Da müsste ich, glaube ich, meinen Film anmachen und das währenddessen switchen. Ah, jetzt sehe ich einen Unterschied zwischen Film und Standard. Da ist das Grau auf jeden Fall ganz anders. Emotion Smooth, das stelle ich hier aus. So bin ich kein Fan von. Das ist das, was man so sieht. Ich mache mal hier, ähm, direkt mal das Video wieder an. Den Trailer, den wir gerade hatten. Aquaman. Ich gucke mal, ob wir hier auch über diese Patchwall in die Einstellungen kommen. Diese drei Punkte. Vielleicht hat das was damit zu tun. Nee. Das ist hier was anderes. Keine Kanäle. Gehe ich mal zurück. Habe ich den Input gewechselt. Gerät ist aber online. Geräteeinstellungen. Bildeinstellungen. Hier können wir Helligkeit, Farbtemperatur, Standard, warm oder kühl. Bildformat. Vollautomatisch zoomen. Ich lasse das mal auf voll. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich bin jetzt kein Experte. Da werde ich mich mal reinlesen, was andere Leute sagen, die den Fernsehen dann auch haben. Steuerung. Erweiterte Videoaufnahmen. Erweiterte Videoeinstellungen. Noise Reduction. Ich glaube, da stelle ich mal niedrig ein oder aus. Also künstliche Rauschreduzierung will ich nicht unbedingt. Steuerung Luma, adaptive Luma. Ein, aus. Also ob der die Helligkeit vielleicht einstellt. Steuerung lokaler Kontrast. Schau ich mal an. Ich sehe jetzt keine großen Unterschiede. Ja, das soll es dann erstmal von diesem Video gewesen sein. Ich werde mir hier den TV jetzt mal auf Herz und Nieren vornehmen und das eine oder andere schauen damit und gucken, ob es mir gefällt. So, in erster Linie finde ich es ganz cool. Er ist ziemlich groß, sehr hochauflösend. Das Interface, das ist mir meiner Meinung nach jetzt nicht knackig genug. Vielleicht gibt es da eine Einstellung, die man tätigen kann. Oder ich sitze einfach zu nah an dem Gerät dran. Aber, ja, ich finde es ganz cool. Ich bin sehr happy, dass es jetzt endlich da ist. Vom Look finde ich, könnte es besser sein. Also das Aluminium in Silber, da bin ich kein Fan von. Aber schwarz wäre mir da lieber. Ja, das war es von mir. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video und bis dahin. Ciao. Momo aus der Zukunft hier einmal nochmal. Und hier sehen wir einmal dieses Android-typische Bootverhalten. Das dauert beim Mi TV ein wenig länger als gehofft. Also 30 bis 45 Sekunden müsst ihr da einrechnen, wenn ihr das Ganze einschalten möchtet. Auf der Hinterseite haben wir die Anschlüsse und die sind echt ganz gut. Wir haben hier einmal eine USB-Schnittstelle, drei HDMI-Ports und unten auch nochmal so eine USB-Schnittstelle. Dann habe ich da auch diese SATA-SAT-Karten-Eingang vorbei zu erwähnen. Und unten hier auch nochmal andere Anschlüsse für den Audio-Eingang. Das habe ich für euch mal versucht hier aufzunehmen. Den optischen Eingang habe ich hier einmal genutzt für meine Soundbar. Hier vorne nochmal ein Blick auf die Standfüße und den Rahmen. Echt super. Und ich bin eigentlich super zufrieden mit dem Gerät. Also die Bildqualität, die weiß zu überzeugen. Und es sieht sehr modern und schick aus. So 55 Zoll kann ich nur empfehlen und ich bin echt happy bis jetzt. Ich bin echt sicher. Untertitelung des ZDF, 2020